So Freunde, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Nussi's Fit Kitchen. Heute wird es eine süße Geschichte werden und zwar werde ich euch heute ein paar Hafer-Pancakes machen und wie das Ganze funktioniert. Dazu kommen wir gleich. So Freunde, die Zutaten, die wir für unseren Teig benötigen, seht ihr hier. Und zwar brauchen wir hier Eier, dann ein Magerquark, Haferflocken, hier haben wir Wasser, ein bisschen Zimtpulver und ein bisschen Proteinpulver. Hier in meinem Fall habe ich das Classic Spro von der Firma The Classic Body im Geschmack von Nelly Milkshake. Schaut auch gerne auf der Homepage bei Ihnen vorbei und dann würde ich sagen, legen wir los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So Freunde, hier seht ihr das fertige Gericht. Ich habe es am Ende dann noch mit einem hausgemachten Pflaumenarmelade bestrichen. Die ist kalorienreduziert ein bisschen. Wenn ihr gerne das Rezept dazu mal möchtet, schreibt es in den Kommentaren mit rein. Dann mache ich mal ein Video darüber. Des Weiteren habe ich ein paar Beeren noch ausgarniert damit. Und zwar ein paar Erdbeeren, Ibeeren, Brombeeren, ein paar Heidelbeeren. Cashewnüsse habe ich noch oben drauf gegeben. Und zum Schluss habe ich das Ganze noch mit einem Agardensirup verfeinert. Wenn euch das Video heute gefallen hat, würde mich ein Abo von euch natürlich sehr freuen. Aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann werde ich mich heute bei euch verabschieden. Und bis zur nächsten Folge bei NoSysVicCitchen. Wir sehen uns.